Wo ist das, Noah? Hallo! Hi! Wollen Sie auf Fußball spielen gehen? Nein, ich kann nicht. Ich muss noch Ausaufgaben machen. Ich finde es nicht. Ah, ist das richtig? Ja. Wow! Aber siehst du immer in so einem Kao? Ja, ich arbeite immer so. Aber es passt nicht. So kannst du nichts finden und kannst du auch nichts gut lernen. Okay, ich helfe dir. Bring hier Ordnung rein und merk, Ordnung in den Materiellen ist auch Ordnung in deinem Kopf. Jetzt geht es los. Ah, guck mal. Du hast schon alles. Ach ja, das hat meine Mutter gekauft. Aber was soll das bringen? Ehrlich? Ehrlich? Okay, gut. So kannst du besser arbeiten, oder? Ja, natürlich. Ja. Hallo, ich bin schon da. Hi. Hi. Ich warte nur auf Tisch. Wirklich? Ja. Bist du schon mit den Ausaufgaben fertig? Ja, natürlich. Siehst du, seitdem wir alles Dörner haben, habe ich auch nur in meinem Kopf und kann jetzt mit dir spielen. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Ja. Aber das ist keine Wahl. Nein. Ja. Ich spiele den hier lieber mit diesem. Okay. Okay. Es geht los. Ja.